Schön, dass du da bist. Im Alltag geht die Zeit oft so schnell vorbei. Aus Tagen werden Wochen und Monate. Dann ist wieder ein ganzes Jahr um und wir fragen uns, wo ist die Zeit hin? Wo sind diese kostbaren Augenblicke, wo ich einfach bin? Wo ich nichts tun musste, wo ich einfach innegehalten habe, um diesen Augenblick zu genießen? Um wieder bei mir anzukommen, bei dem, was mir wirklich wichtig ist. Antworten auf Fragen, die mich beschäftigen, in mir zu finden, statt auf Google. Und einfach diesen Moment zu genießen, auszuatmen, ganz anzukommen. Ohne etwas tun zu müssen. Und das wahrnehmen, was gerade wirklich da ist. Wie sich das Licht in den Bäumen bricht, wie die Vögel zwitschern. Die angenehme Waldluft zu spüren, meinen eigenen Atem. Und den Pause-Button im Leben zu drücken für zwei Tage. Und fernab von allem einfach zur Ruhe zu kommen, aufzutanken, mich sortieren zu können. In meinem eigenen Tempo, ohne Vorgaben, To-Do-Listen, feste Strukturen, die mich einschränken. Gute Schöneres als innezuhalten, mir Zeit mit mir selbst zu schenken. Und mich neu zu sortieren für das, was noch vor mir liegt. Das, was hinter mir liegt, abzuschließen und loszulassen. Und ganz anzukommen im Moment. Und dazu möchten wir dich ganz herzlich einladen zu zwei Tagen Waldbahn-Selbsterfahrung. Ausgehend von den wunderschönen Räumen der Gutshof-Akademie. Gemeinsam mit einer kleinen Gruppe an wundervollen Menschen, die genau das Gleiche möchten wie du. In einer Mischung aus Austausch und Zeit alleine. Mit Übungen, die es dir ermöglichen, schnell zu entspannen und ganz im Wald und bei dir anzukommen. So dass die zwei Tage möglicherweise einen Erholungsfaktor haben, wie zwei Wochen. Und du danach in den Alltag zurückkehrst. Entspannt, voll Energie, mit einem inneren Strahlen, was wieder wach geworden ist. Entspannter Gesichtsmuskulatur, so dass dich Leute fragen, wow, warst du im Urlaub? Und du kannst sagen, ja, das war ich. Wenn das für dich interessant klingt, dann schau gerne auf unserer Website nach den nächsten Terminen. Melde dich an, reise nach Möglichkeit am Vorabend an, um ganz entspannt in die Selbsterfahrung starten zu können. Es gibt dort nichts zu erreichen und nichts kognitiv zu verstehen, sondern es geht darum, die Erfahrung zu machen, wie gut es tut, innezuhalten, zu entspannen. Wir würden uns freuen, wenn du dabei bist und vielleicht bis ganz bald im Wald.